Hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Poderaport, Zumscoach, Sprungpsychologe. Genau, mal wieder mit einer neuen Zuschauerfrage. Gestern habe ich übrigens mal wieder in meinem alten Job gewissermaßen gearbeitet, Teambuilding gemacht für eine große Firma. Das hat auch mal richtig Spaß gemacht. Aber heute geht es wieder um Dating, Beziehung und Liebe. Könnt ihr auch noch in die aktuelle Selbstliebe-Challenge einsteigen oder Abversuchskurs geht bald los. Findet ihr alles auf liebeschip.de. Und heute haben wir wieder eine Frage zu so einer verstörenden Dating-Erfahrung einer Zuschauerin, wo es für sie überraschend nicht weiter ging, sag ich mal. Und ja, wir analysieren das mal, gucken, ob wir mal ein bisschen Sinn reinkriegen. Hallo Christian, gerne möchte ich meine Geschichte teilen, bei der mal wieder rote Flaggen übersehen wurde. Ich habe mich mühsam aus einer sehr toxischen Beziehung vor ungefähr zwei Jahren lösen können. Mein Ex und ich sind wie vor der Beziehung Mitbewohner und kommen sehr gut untereinander klar. Aber ich werde bald ausziehen. Gut, jetzt geht es noch so ein bisschen um deinen Ex. Das lassen wir mal. Nun zu der Geschichte. Seit ein paar Wochen habe ich mich wöchentlich mit einem ehemaligen Kollegen getroffen und unerwartet Gefühle für ihn entwickelt. Er ist sehr nett, was auch früher meine anderen Kollegen immer wieder hervorgehoben haben. Ich hatte manchmal sogar den Verdacht des Love-Bombings und des Future-Fakings, weil er zum Beispiel mit mir über Haus und Kinder redete. Wenn du diese Begriffe nicht kennst, guck gerne mal in mein Modul 1 rein. Aber nicht persönlich auf mich bezogen. Ich hatte eine sehr schöne Zeit mit ihm und habe gelacht, wie schon lange nicht mehr. Er ist sieben Jahre älter, was ich bis vor kurzem nicht wusste und über das ich ihn weggesehen hätte. Aber die Polarität stimmte nicht ganz, weil ich die Treffen ausmachte und schließlich auch angetrunken körperliche Annäherungsversuche machte. Also ich kann nur sagen, ich kriege die Frage immer wieder, lasst es, lasst es, lasst es. Wenn die Männer nicht die Eier in der Hose haben, da einen ersten Schritt so machen, lasst es. Tut es euch nicht an. Ich weiß, es ist modern und woke und die Gesellschaft sagt, dass man das wollen muss. Und es kommt aber genau, jetzt sicherlich nicht immer, ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht auch mal gut gehen kann. Absolut nicht, es geht bestimmt auch oft gut. Aber man neigt dazu, Männer anzuziehen, die einfach nicht richtig wollen. Aber gut, mehr dazu. Und häufig hat man ein vielleicht unbewusstes Bindungsangstthema, aber dazu mal später mehr. Ja. Und die Dates waren nicht offizielle Dates. Ja, das spielt keine Rolle, wenn Single-Frau, Single-Mann sich trifft. Das würde ich immer davon ausgehen, dass es ein Dates ist. Aber wir sind spazieren und essen gegangen, haben bei mir gekocht und bei ihm auf dem Sofa Filme geguckt und waren auf einem Botcherfest. Ja, aber ein Mann, der bis dahin wirklich nichts gemacht hat. Ich meine, kochen, ich meine, es ist bei euch zu Hause, bei ihm zu Hause, muss man noch nicht mal, kann man auch kleine Eier haben und Annäherungsversuche starten. Das spielt echt, das ist wirklich Anfänger-Level. Und wenn ein Mann da so gar nichts macht, also ich weiß nicht. Aber vielleicht bin ich da zu oldschool. Also mich würde das als Frau komplett abfacken. Und ja, aber vielleicht fühlst du dich irgendwie sicherer nach dieser schwierigen Beziehung mit deinem Ex, mit dem Mann, der jetzt nicht so frontal ist. Aber das ist halt so die Schattenseite davon. Ich dachte auch, es wäre offensichtlich, wenn wir zu ihm gehen, etwas trinken, Pizza bestellen, Filme gucken und beide auf dem Sofa führen, dass das zu Hallenhalmer führt. Sollte man meinen, aber ja, also sollte auf einem normalen Date vollkommen ausreichen, als Botschaft an den Mann, ja, es kann hier weitergehen. Und man macht Dating ja auch nicht, um die Briefmarkensammlung irgendwie auszutauschen, sondern es soll ja zu irgendwas führen. Und ja, aber das ist genau, was passiert, wenn du jemanden datest, der nicht in seiner Polarität ist, der kann alle Anstalten machen. Wie gesagt, nicht immer. Natürlich, wenn du offene Türen einrennst beim Mann und der einfach noch nicht die Zeit hatte, dich vernünftig einzuladen oder mach sein, dass es auch mal gut geht. Also das ist jetzt nicht so 0,1, aber ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr so für Erfahrungen damit habt, aber ich kann das, ich kann da nur von abraten. Und das ist ein Single-Mann, mit dem er sich gut versteht, gerne Indoor-Olympics und eine Beziehung ausprobieren will. Aber tatsächlich hat er mir gesagt, er kann nicht so schnell mit mir körperlich werden und hatte seit vielen, vielen Jahren keine Beziehung, weil die Frauen ihn wohl nicht... attraktiv finden. Ich meine, es reicht ja, wenn du ihn attraktiv findest, aber und außerdem für so einen netten Abend, muss man jetzt auch keine Beziehung gehabt haben vorher. Aber das ist wieder eine Aussage, die sehr unpolar ist. Wir wissen jetzt nicht, was mit diesem Mann los ist, aber es ist einfach, du hast ja da wieder ein Projekt oder weiß ich nicht wieder, weiß ich jetzt nicht, aber du hast hier so ein Projekt gesucht. Und es bringt sich nicht weiter, ne? Du hast wieder von, weiß ich nicht, vielleicht von 100 Männern, von, würden vielleicht 98 mit dir schlafen wollen jetzt, keine Ahnung. Und du hast jetzt einen von den zwei gefunden, wieder, der es nicht will. Und da sollte man auch überlegen, was, wenn sowas öfter passiert, was sagt das über mich, ne? Habe ich vielleicht Bindungsangst, habe ich Angst vor der Ehe, traue mich das nur bei Männern zu, die auf der anderen Seite total viel Distanz schaffen. Und das muss man sich dann überlegen, kann natürlich auch einfach mal Pech sein, ne? Mein Gott. Und wie gesagt, für Männer ist sowas ja Alltag, ne? Dass sie auf eine Wand stoßen bei einer Frau, ich meine, da gleiches Recht für alle kann natürlich auch vormal passieren, ne? Das ist vielleicht irritierender, weil es vielleicht seltener passiert. Wir haben ja Female Choice hier in unserer Welt. Aber, ja, das ist für Männer, viele Männer Alltag, sowas, ne? Das ist mir noch nie passiert, ja. Ja, ich fand es immer das erste Mal. Wir kennen uns auch schon einige Zeit, nachdem ich wieder zu Hause war, schrieb er mir das ihm Leidwut, dass es nicht so gelaufen ist, wie ich mir vorgestellt habe und dass er hofft, dass es mir auch ein bisschen gefallen hat. Danach hat er mich noch gefragt, ob er mir ein paar Sachen, die ich bei ihm vergessen habe, auch noch bringen kann. Das ist echt deprimierend. Das ist wirklich eine komplette Absage, aber das ist echt hart, ja. Ja, aber gut, ist wie es ist, ne? Es ist noch etwas Zeit, wenn ich auf die Idee gekommen bin, dass er ein psychisches Problem haben könnte. Also, so im Sinne einer lebenslangen Störung. Ich hatte da auch ein Video von Hemmschi darüber gesehen. Vielleicht ist seine Empathie ja auch eher Nettigkeit, weil er mich offensichtlich nicht verstanden hat. Doch er hat dich gar nicht verstanden. Wo ich geflirtet habe und Anspielungen gemacht habe, zum Beispiel, ich habe die ganze Zeit oder ich nehme die Pille oder meine Mitbewohner sind nicht da oder angedrückt mit ihm auf dem Sofa Filme gucken, war ja wohl einfach nett. Also, wenn der Mann das nicht verstanden hat, dann hat er vielleicht wirklich ein ernsthafteres Verständnisproblem, was du hier so andeutest. Ja, aber wieder die Frage, warum, ich würde immer, immer fragen, warum ist das mein Lieber, warum will ich den daten, ne? Warum date ich nicht den netten Nachbarn, der mich wahrscheinlich nicht auf dem Sofa sitzen lassen würde oder warum muss es der sein, ne? Und klar, es kann auch immer einfach Pech sein, aber oft ist es halt doch so ein Muster dahinter und das gilt es dann anzugehen, ne? Das ist dann dein Liebeschiff, will ich, ne? Ich bin eher vermeidend, ja, here you go und hatte wohl nur in der toxischen Beziehung dramatische Ausbrüche. Im Nachhinein hätte ich wohl auch im Dating neulich nicht so offensiv agieren sollen, aber ich kenne das nicht, dass ein Mann so nett ist, wenn er nicht dann mehr interessiert ist. Ja, du hast den einen Mann gefunden, der das so sieht, ne? Und was, also ich kenne dich jetzt nicht und es gibt auch keine fixe Antwort auf die Frage, aber was könnte es mit dir zu tun haben, wenn es nicht einfach Pech ist, ne? Seine psychischen Probleme sind im Endeffekt egal, aber vielleicht interessiert dieses, ja, ich nenne das Thema jetzt mal nicht, weil es glaube, es spielt wirklich keine Rolle und will ja auch niemand anträgern. Ähm, aber ja, es gibt Menschen, die, ich meine, klar, schon jemand, jemand schon lange Single ist, ja gut, das muss jetzt auch heutzutage auch nicht mehr viel heißen, aber ich fand, das ist jetzt ganz normaler Abend und vielleicht ist es einfach, es gibt ja auch Menschen, die sind asexuell und ich weiß es nicht, also, aber, ja, scheinbar hat er dann nicht die Interessen und das kann man, man kann es auch, man sollte es vielleicht auch manchmal einfach abtun als Pech und das Leben geht weiter, ne? Ich meine, jeder, also ich kann mich auch an völlig wirre Dates erinnern und, aber trotzdem kann man sich auch überlegen, wenn sowas öfter auftritt, hm, suche ich mir immer diejenigen aus, die mir auch bloß nicht zu nahe kommen, wäre eine spannende Frage. In diesem Sinne, macht die Frage in Kurse und wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder.